Hallo Leute, hier ist wieder einer Gartel. Willkommen zurück zu Stanley Parable. Ja, ähm, wir haben ja gerade eben ein bisschen... Ich hab keine Ahnung, was das war, ganz ehrlich. Ich hab nochmal drüber nachgedacht, aber, äh, äh, nee, ich hab's... Keine Ahnung. Aber scheinbar geht's von Neuem los. Also, ein neuer Durchgang, ein neues Glück. Resume to Game. Also, ich glaube, dass es jetzt wieder weitergeht. Ja. Gut, äh, das kennen wir ja. Da ist eine Tür auf. Da liegen Papiere und so. Hm. Ich glaube, das Spiel basiert auf der Idee... ...mach nicht das, was wir machen sollten. Gehen wir mal nach rechts. Ja, gehen wir mal in die Mitarbeiterlaunch. Ich hab noch eine Cola. Oh, ein Coltrick. Ja? Spätig. Ich glaube, ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Mal sehen, was passiert. Ich denke, da sind auch ganz gute Ziele. Das ist die Ziele-Truppe. Ja, das Spiel scheint mir wohl eine Message zu geben. Aber ich bleib jetzt einfach mal noch hier. Vielleicht passiert hier noch was. Schöne Stühle, übrigens. Habe ich auch, oder will ich auch einen? Ich will Cola! Bitte. 1,5 Wurzeln. Alter, ist das teuer. Ich glaube, es passiert nichts mehr sonst. Kaffee steht auch noch hier. Da liegt eine Tasse hinter dem Ding, aber... Na gut. So, ich könnte jetzt weiterlaufen, oder ich könnte da reingehen. Da würde ich wahrscheinlich wieder zurück auf den Pfad kommen. Gehen wir mal rein. Ah, komm, wir gehen noch. Erst mal. Ein großer, drinkender Knopf. Da ist der Meetingraum. Hm. 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 Ich habe nichts gemacht. Nein, nein. Ich bin nicht mit dem Aufzug nach unten gefahren. Ich glaube, der wusste selber nicht, wo ich hin will. Ha 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 completely. No, 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 not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute please? Let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, yep. Okay, okay, yes. Okay, wenn du das sagst. Ich hab keine Ahnung. Ich gönne mich hier nicht aus. Oh, der ist gefreut worden. Ich find's so gut. Okay, gut. Damit sind wir wieder am Anfang aus irgendeinem Grund. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufgabe wieder. Ich find's lustig wie noch was. Bis dahin und ciao, ciao, ciao.